In diesem Video zeige ich dir, wie Fliegen nie wieder ein Problem für dich sind. Denn du brauchst nur einige Hausmittel, um sie entfernen zu können oder einfach auch von dir ablenken zu können oder von dem, was du gerade isst. Alles, was du dafür brauchst, ist etwas Backpapier. Dieses solltest du in etwas dünnere Streifen schneiden, so wie du das Ganze jetzt hier bei mir sehen kannst. Damit hast du den ersten Schritt dann auch bereits erledigt. An ein Ende des Streifens solltest du jetzt oben ein kleines Loch hinein machen. Ich mache das Ganze hier mit einem Cuttermesser. Du kannst auch irgendeinen Spieß oder einen Zahnstocher verwenden. Hauptsache du hast am Ende ein Loch, damit du hier ein Seil hindurchziehen kannst. Denn dieses knoten wir jetzt an dem Stück Backpapier fest. Denn wir wollen diese später als kleine Fliegenfalle aufhängen, damit die Fliegen davon angezogen werden und dann hier dran hängen bleiben. Doch nur so funktioniert das Ganze natürlich nicht. Wir brauchen noch eine weitere Zutat, die die Fliegen anlockt. Und dafür eignet sich Honig wirklich perfekt. Schnapp dir also etwas Honig, einen Backpinsel oder auch einen Löffel und verteile den Honig jetzt auf dem Stück Backpapier. Am Ende sollte der Honig hier überall etwas verteilt sein, sodass wir auch die gesamte Fläche des Stück Backpapiers ausnutzen. Und schon ist unsere kleine Fliegenfalle fertig. Denn was jetzt passieren wird ist, dass die Fliegen von dem Honig angelockt werden. Also auch wenn du etwas zu essen auf dem Tisch stehen hast, kannst du es irgendwo um dich herum platzieren und die Fliegen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dem Honig fliegen. Wenn sie hier allerdings drauf sitzen, werden sie kleben bleiben und somit hast du eine kleine selbstgebaute Fliegenfalle gemacht, die du jetzt überall aufhängen kannst, wo du keine Fliegen haben möchtest. Probiere diesen kleinen Trick daher doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Wolltest du jetzt außerdem noch wissen, was mir Unglaubliches entgegenkam, als ich meinen Staubsauger aufgeschraubt habe, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.